Zwei Stufen können wir Kamera rausnehmen. Zum Glück trage ich mein Performance-Vleece. Mh, Performance-Vleece. Geil. Für bessere Schwanzbewegungen. Ja. Hat es wieder gewöbst. Hat mir eine Fliege ausgespuckt. Okay. Was ist denn da oben? Nischt. Ja, nischt. Gut, dann. Nein. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn... Da können wir nicht warten. Wo ist denn hier die letzte Eisstatue? Sehr, sehr seltsam. Hä, das ist so strange. Hast du noch einen letzten Wunsch? Wie viele Fliegen spucken die aus? 100? Nimm dies, Elena. Also es gibt bestimmt wieder 100 halt, ne? Insgesamt. Eieieiei. Hä, wo ist die scheiß Eisstatue? Hä, du da. Hämme da. Erwischt. Na nü. Hä? Hä, da kommt auch eine Pfote raus. Ich hab doch noch keine Ahnung, was das ist. Aber wo ist... Wo ist das erschienen jetzt? Auf dem Schlitten, ne? Wo ist der Schlitten? Achso. Nun. Danke, Schätze. Hä, aber wo ist... ...die scheiß letzte Eisstatue? Super merkwürdig. Da geht's... ...weiter. Da ist doch aber... ...Center. Das war Unschmarrn. Natürlich. Ich versteh's nicht. Hä, wir haben irgendwo irgendwas übersehen. Also können wir hier springen? Aber als da hoch geht, alles klar. Aha. Vielleicht sollten sie ihren Kameraden Rex, äh, auftaun? Rex? Rex auftaun? Wie ist denn dann der Oberbösewicht? Ist der dich auch so? Hä, wie süß! Da ist ja auch ne Brücke. Guck mal. Okay, warte mal! Den tauen wir auf. Pass mal auf. Läh. Da! No! Bist du wieder befreit, ne? Nicht? Es gibt ein Leben! Ach, der Effekt ist so übertrieben. Achso, das war's. Einfach nur für ein Leben. Ja, okay. Auch nett. Aber da oben ist irgendwie eine Brücke. Wie kommen wir da hin? Es muss also noch einen Gang geben. Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da rüber? Oder ist es ein Weg? Es sieht nicht mal danach aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach nur Level, oder? Ich glaube, da kommt man doch nicht hin. Doch, da hinten ist doch ein Gang. Wovon? Wovon? Ja? Klar kommt man da hin. Klar! Irgendwie! Irgendwie gibt's oben. Aber wie? Nee, da komm ich safe nicht mit meinem Karate-Schwanz-Dings hin. Nee. Okay. Na gut. Ich geh erstmal hier rein. Dann sind wir hier. Das bestimmt da oben dann in dem irgendwie irgendwie Tunnel, die letzte Scheiß-Eistartel. minuterendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrendrandrendrend Super seltsam. Irgendwo muss ja der Tunnel sein. Hey, hören Sie auf. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf damit. Gex, nutz deinen Schwanz. Nutz deinen Schwanz. Ja, ich will doch nur noch hoch. Ja. Ist das eine Überschätzung? Aber hier ist nichts mehr. Hä? Da hört das Level auf. Hä? Gott, Kamerahilfe. Nein! Ja! Sayonara, du Stinker! Aha. Ne, ist auch kein Tunnel. Seltsam. Das kam jetzt seltsam, weil Gex hier auch spricht immer. Moin Socke! Hier stimmt auch wirklich was nicht. Das ist, wie es ist. Das stimmt was nicht. Das ist nicht hier, der Weg scheinbar. Oder hier in dem Besuch. Nie die Beinarbeit vergessen. Socke. Zack. Nie die Beinarbeit vergessen. Scheiße, Mann! Wo ist denn die letzte Scheiß-Kack-Statue, Mann? Ha? Habe ich mir jetzt echt die schwierigste Aufgabe zuerst rausgekommen? So ist ja mega geil. Aber dann hätten wir das hinter uns, wenn wir das hingeschaffen. Hier muss es irgendwo einen Müllweg geben. Wo ist der? Wo ist der Tunnel? Jetzt wieder rauszoomen. Danke dir. Ich verstehe, Entschuldigung. Du hast den Tunnel versteckt? Wo ist es? Warum? Why are you doing this? Scenic Area? Wait a minute. Hier ist es doch, oder? Hier ist... Oh mein Gott. Aber hier ist es nicht. Die Fliegen sind viel größer als auch ein Vorgänger, nicht? Es gibt ein Extra-Leben. Oh Mann, nein! Jetzt führt es mich ins Nirgends hin. Ganz schön kalt. Scheiße! Wo ist die fünfte Statue? Oh, ich muss es nennen. Habe die Beinarbeit nicht vergessen. Ich habe vorher die Muskeln in meinen Beinen bekommen. Oh. Nice. Okay. Jetzt Beintraining gemacht. Ich habe mir vor, wie es so richtig solche Beine sind jetzt. Und dann so ein Körper aber. Oberschenkelmuskel! Hey, ich check's nicht! Wo ist die fünfte Kacka-Statue? Ey, Wahnsinn. Nö, bin immer nur zu Fuß einkaufen gegangen. Ja gut, dann mache ich auch oft, aber... In der Tat... Haltet mal mit mir die Augen offen. Wenn ihr die seht, schreit mal. Nein? Wegen fünfte Eis-Statue. Die muss doch hier irgendwo rumschlawinern. Puh. Ich gehe jetzt geradeaus. Du hast den Schatz übersehen. Oh Mann. Ja, das wird dann wieder so sein, wenn wir Uncharted spielen. Ja, ich möchte das nochmal speeden auf der PS3 dann. Hey! Jemals mit der Zunge an vereiste Fahnenmasten gehen. Ist wirklich so. Konnte nicht anders. Das ist schon okay. Könnten sie... Ja! Nein! So, okay. Nutzt den Schwanz. Scheiße. Die Eisschollen sind schollig. Mann, Gags! Du musst doch nur... Danke. Wir sind noch zwei Fliegen, die ich verpasst habe. Was ist denn? So zurückfliegen ist der Moment genial. Ich meine, das war die Zeit, wo Maki quasi so richtig zu uns gestoßen ist. Uncharted. Ne, nicht ganz. Bei Zelda war er schon. Ich glaube, hier. Ist ja egal. Aber da war halt so richtig... Da ist so richtig... Das Eis gebrochen, glaube ich. Oh Mann. Uncharted. Dreh durch. Ich bin nur eine Nasenlänge von meinem Ende entfernt. Eine Nasenlänge von meinem... Ende? Von deinem Schwanzenden oder was? Jeks. Bitte. Bitte Schwanz aus der Nase, ja? Jetzt sagt... Hier ist auch nichts versteckt. Wo ist die fünfte Scheißstatue? Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Eine Pipe jagt die nächste. That's true. Die Mo... Ist die hier irgendwo auf der Bahn oder... Ja, hier sind doch jetzt schon alles abgegangen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Geht systematisch die Bahn ab? Und hier ist auch nichts. Was ist das? Okay. Ich erblicke nichts. Ne, hier ist sie nicht. Okay. Super merkwürdig. Wo ist die? Hä? Ich könnte... Schön, dass ich die Aufgabe aber auch schon mal gemacht hatte. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht. Das ist ja super seltsam. Wo ist das? Wo ist die fünfte Stammtuch des Eisens? Hier nicht! Ich will das jetzt halt auch einfach so. Ich will jetzt aber einfach auch die fünfte finden, wirklich. Bevor wir wirklich eine andere Aufgabe machen. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Muss ich erst die Pinguine töten? Ich will das jetzt. Keine Ahnung. Come on! Ui! Ich drücke mal Z. Noch. Gexlis. Wir gehen jetzt in den Linken. Why? Was machen Sachen? Ne, aber da haben wir schon geschaut. Kann doch nur noch hier sein. Oh mein Gott, spring doch einfach. Boah, sie sind die Schollen scheiße. Nein! Oh, Mann, ja. Mann, sind die Schollen scheiße. Wusstet ihr das schon? Okay. Nein. FIFO-Fahr, vergiss es. Ne. Okay, die Röpsen. Keine Fliegen mehr. Dazu bin ich berühmt. Aha. Oh ja, für meinen Schwanz bin ich wirklich berühmt. Das ist auch so. Hier, guck da. Das gibt es nicht. Hier. Die, die, das. Hä? Das gibt es doch nicht. Also, in dem, in der Area. Das ist ja schon eine Eisstatue. Ich blick's nicht. Wo ist die Leid? Mein Schwanz mag dich nicht. Ja. Echt so. Oh. Oh. Das ist ja noch eine Fliege. Hä? Wow, Kamera. Krass. Was war das? Bitte. Dreh dich doch um. Oh, mein Gott. Wer hat die Heizung abgestellt? Mein Schwanz. Aber ist das sowieso? Das ist ja wieder viel zu nah dran. Na, wenn wir Area wechseln. Hat die Camp zurückgesetzt scheinbar? Oh, okay. Alter, wie sie sich nicht drehen lässt. Aber hier oben ist auch eine schon. Okay, also, hä? Also, das kann doch jetzt nicht mehr sein. Das sind links und rechts waren welche. Gerade Haus nicht und gerade Haus nicht. Hä? Was ist das Rätselnlösung, hä? Was kannst du eigentlich? Nee, das gibst du nicht. Spucki? Ja, irgendwer muss es ja tun. Äh, okay. Schmerze, Schmutzbacke. Ich bin verwirrt. Töne kommen alle doppelt. Wir müssen wieder raus. Äh, excuse me, what the fuck? Nikolaus! Ey, Wahnsinn. Erste Aufgabe und wir verzweifeln instant. Geil! Aber, weil, ich hab ja schon auch alles abgebumst. Ich dachte aber, dass man in irgendein Haus rein kann. Vielleicht spinne ich auch komplett. Psh. Pingu! Wo ist das doch? Ich bring dir Banieren bei. Hm, echt so. Ihr habt auch noch was. Tom. So, da sind 95 Fliegen. Fünf würde, glaube ich, noch fehlen. Oder wie, oder was? Was ist das da eigentlich? Irgendwie nervt mich das jetzt, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Wir können doch jetzt nicht tausend Jahre damit verbringen, die scheiß letzte Eis-Statue zu finden, oder doch? Irgendwo ist noch ein Weg. Aber die kämen auch viel zu oft quasi fast im Boden, ne? Krass. Nette Gegend hier. In der Tat. Da, guck mal. Die verpurgeln wir auch noch. Ganz genau. 97. Dann versuche ich, wenigstens 100 Fliegen zu sammeln. Vielleicht ist das ein Ding. Da ist sie doch! Es ist auf dem Dach dieses Scheißhauses. Also doch. Zack. Da ist sie doch. Oh, Gottes Willen. Wir sollen da hoch. Ah, okay. Na, endlich, Leute. Ich wusste irgendwas. Man kann irgendwie irgendwo auf dem Haus oder so. Nein. Nein, Gexo. Gexo Schmixo. Wir haben es einfach übersehen. Nein, ich will da wieder hoch. Fuh. Keh. Naja, okay. Naja, okay. Naja, okay. Naja, verstehe. Komm, Rhein-Norwegen. Komm, Rhein-Norwegen? Was? Na gut. Endlich geschafft. Ähm. Aber jetzt triggert mich das mit den 95 Fliegen natürlich jetzt auch noch. 98. Äh, sind wir da? 99. Komm, eine noch, komm. Spuck. Hasch mich, ich bin der Mörder. Was? Oh Mann, nein. Wir brauchen noch eine Fliege. Wer hat eine Fliege für uns? Wer? Wer hat die letzte Fliege? Wer hat die letzte Fliege? Ihr da. Nein, die nicht. Nein, es geht um eine Fliege. Aua, aua, aua. Aua, aua. Was ist hier los? Ihr beiden? Nope. Nope. Oh mein Gott, wegen einer Fliege, ich dreh durch. Auch das will ich jetzt einfach. Werden wir doch noch finden, Leute, oder? Werden doch gelacht. Ehm, meh, 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 meh. Pass auf. Ja! Gut. Ja! Bam, Secret Fernbedienung Alle 100 Fliegen, ja man Perfekt Geil, wenn wir schon, weißt du, so weit sind Dann, oh, mussten wir das jetzt einfach auch tun Perfekt Jetzt, jetzt können wir raus Jetzt haben wir's Sehr schön, schau, hat sich ja dann auch ein bisschen gelohnt Dass wir so lange rumgesucht haben Jetzt haben wir die 100 Fliegen Nice, die Secret Fernbedienung So, jetzt raus hier Oh yeah Hasta la vista, baby Tada Zwei von vier Fernbedienungen Herzlichen Glückwunsch Genau, die Secret und dann Ja, genau, das alles Haben wir Perfekt